Ich sage huuuu zu Slow High Mates, die Highlights auf dem Stream 2, 2, 1, los geht's, huuuu. Gut, okay, damit würde ich mal behaupten, huu zu einem neuen Stream. Ich spiele heute Laser 4 und ich habe gerade das Spiel geöffnet und sehe das hier. Ich weiß nicht, was das hier ist, die Einstellungen sind hier auch komplett duriert. Ich meine, was ist das hier? Ähm, ich klicke mal auf Spielen und hoffe, dass da was Besseres dabei rumkommt, als das gerade hier. Ähm, ja. Okay, es wird so ein Vollbild. Oh, das ist laut. Viel Spaß mit dem Spiel. Okay, wir sind hier, in... Kannst du sagen Cry 4? Ne, Laser 4. Wir wackeln ganz schnell beim Laufen. Äh, warte, wir können sprinten. Und wir können zoomen. Okay, das erste, was ich zoomen, ist auf einen nackten Babypopo. Also, ich meine, äh, das schmeckt doch gut an, oder? Sieht einfach eins zu eins aus wie die Zettel aus... ...wie die Zettel aus Penumbra. Alright. Okay, also irgendwas ist hier anscheinend im Haus los. Recent Evil, oder wat? 25 Löffel Fischer, 50 Apfel, 10 Kilogramm. Schnaps, 30. Okay. Also, äh, wir haben tatsächlich auch 10 Kilogramm bei uns Äpfel da. Aber ich glaube, die sind fast sogar mehr 10 Kilogramm. Oh, das ist natürlich bitter. Ja. Klo-Deckel zu. Ich bin jemand, der will den Klo-Deckel immer zu haben. Wie, was hat man denn, einen Klo-Deckel? Auf Spüle. Oh, wir haben auch eine große Lampe. Gut, dass wir die jetzt am Schluss noch sehen, ne? Weil wir den ganzen, ganzen Raum schon, äh, abgecheckt haben. Okay, aber ein schöner Raum hier. Interessante Badewarte mit Dusche. Und wieder kein Klopapier da. Kein Klopapier, ne? Damals schon die Hamsterkäufe am Start. Unglaublich. Eins. Ich brauche uns nicht entschuldigt. Du unterstatt 4, 4, 4, 3. Oh, hier hört sich nach meinem Forstzeugnis an. Ups. Bis auf Kunst, da war ich immer schlecht. Geht's denn da lang? Das ist auch sehr seltsames Haus hier von der Architektur. Uah. Ein bisschen, wer ist hier mit Steinen um sich? Der klassische, äh, Klappe vom Klavierfeld Suske. Ne, wir können Klavier spielen. Oh, das ist cool. Oder doch. Genau, der klassische Klappe fällt vom Klavierfeld Suske. Love it. Ich und Alkoholproblem? Ach nö, niemals. Ich doch nicht hier. Das ist, das ist alles, das ist alles, äh, roter Folie, Vitaminsaft, okay. Ein Keystock. Oh, jetzt bin ich rausgetappt. Ach, das ist, das ist eine Sache beim Spiel, dass man raustappen kann. Okay. Wenn man die Maus zu sehr an der Seite hat. Das ist ein bisschen blöd. I don't like this. Die ganze Lichter können wir anmachen. Ja, ja. Ich finde auch gut, dass die einfach existieren, diese Lampen. Wer braucht schon Stromkabel, ganz ehrlich? Braucht doch niemand. Die existieren einfach. Die funktionieren einfach. Werden durch den Boden bepowert hier. Wieso ist das so über den anderen Text drüber? Das ist irgendwie blöd. Verlagshaus. Geflüsterte Geschichte. Rispar Taylor hat sich so viel besser an, als geflüsterte Geschichte. Oh man. Brauchst du bezahlen? Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel. Lime Brickstone. Verlagshaus. Geflüsterte Geschichte. Rispar Taylor hat sich so viel besser an, als geflüsterte Geschichte. Oh man. Okay. Geht's nicht weiter. Dann. Haben wir hier noch was? Ey das ist doch voll cool. Oh. Okay. Okay. Ich nehm's zurück. Es ist dann. Also das finde ich ultra cool. Das ist auch noch voll, voll kinderfreundlich. Aber dann geht's hier los. Ah ja. Ah ja. Okay. Er ist wirklich gestört. Haben wir hier noch was? Ey das ist doch voll cool. Oh. Okay. Okay. Ich nehm's zurück. Es ist dann. Also das finde ich ultra cool. Das ist auch noch voll, voll kinderfreundlich. Aber dann geht's hier los. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Okay. Er ist wirklich gestört. Wir haben den Key. Oh ja. Okay. Kann ich wieder auflegen? No. Habt ihr Hunger? Sorry. Haha. Jawoll. Ich glaub's hier nicht. Sonst auch keine kleinen Rupkäppchen fressen hier. Ich glaub's hier nicht. Ah. Hab ich schon mal gesagt, dass ich kein Alkoholproblem hab? Okay. Es hat, es hat drei Slots. Dann muss ich's einfach mal versuchen. Also, Simon. Oh, das ist falsch. Habt Tiefen der Lügen. Jetzt ein klein bisschen nach links. Ja. Just like that. Hold that pose. Ja. Ich will all diese lieblenden Kurven einfach richtig machen. Ich bin nicht der Drone. Okay. Will wir noch ein Bild mehr entgegenfliegen? Was ich auch finde, das hat Ultra was von Amnesia The Dark Descent, dieses Gerede. Und ja, ich denke, dass Amnesia auf jeden Fall eine Inspiration für dieses Spiel war. Was sind das für Sounds? Ach du Kacke. Machen wir schnell wieder zu, oder? Wunderbar. Ein Rollstuhl. Es sind vielen Horrorspielen da, aber nicht unbedingt das beste. Ist er hier noch? Streichholz. Okay. Oh. Oh. Rollstuhl. Mensch. Die Tür. Oh man. Oh man. Oh man. They see me rolling. They had it. Aber sowas waren. Rollstuhl? Okay, das ist noch nicht der. Vielleicht kommt er noch. Kann ich reingehen? Oh nein. Er ist wieder da. Oh man, er ist wieder da. Oh. Ich wusste es. Oh, alter. Entspannt euch. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Und Schock. Ne. Wird aber falsch. Hier gibt's was zu lesen. Es soll eine 6 sein? Das ist doch niemals im Leben eine 6. Nein, ich hab's nicht gelesen. Oh man. Oh man. Das ist einfach verantwortungslos. Okay. Skills. Ja nochmal. Ja gut. Wie viele Jahre stream ich jetzt schon? Erfahrung hat's dann schon in sich. Jetzt will ich ein bisschen anmachen. Wenn hier meine Kerzen auskommt. Nein, ich bin gar beschäftigt. Ich warte halt. Ich bin beschäftigt. Ich weiß sie, nur meine Kerzen auskommt. Ich binället kaputt. Ich bin ein wenig 남��ier. Ich bin ein wenig innerer. Das ist doch nicht mit einem stück. Ich bin ein wenig interessanter. Das ist doch nicht. Das ist mein Vibe hier. Um mich herum geht die Welt unter. Perfekt. Ach, das ist der Typ mit der großen Nase. Oh Gott, das ist der Typ mit der großen Nase. Deswegen hat das Klavier Rollen, oder? Genau, nur deswegen. Mein Pulsur. Ein Trümtart. Kreative Blockade. Ja, in der Tat. Ja, blöd. Es bin ich wohl eingesperrt. Oh, blöd. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich schlappe mal jede Wand ab. Oh, hat funktioniert. 9. Nicht vergessen, Juni. 9. Juni, ich vergesse es nicht. Okay, muss ich mir auch einen Kalender schreiben, oder ist es neu fürs Spiel richtig? Okay. Auch eine Art, eine Tür aufzumachen. Fast so cool wie die von Pacify im Farm Level. Okay, warte, ich muss es wieder anmachen, den Ton vom Spiel. Es läutet immer noch. Es läutet immer noch. Oh, Junge. Das ist aber ein wunderschöner Weg. Oh, geil. Es geht immer ein bisschen schief. Er hat mich sehr auf an Crawford hier. Seine vorherigen Versuche. Deswegen ist sie auch so mad, weil sie immer weniger Haut hat. Ja. Ich glaube, seine Versuche haben... Ja, sein... Das Problem, wenn... ...der ein oder andere Versuch nicht hinhaut. Ach, lol. Egoistisch. Ich glaube, Selfish ist sogar ein Command von mir. Oh, lol. Ich will mal kurz schauen, ob ich den noch drin hab. Selfish. Ja, Selfish ist ein Command von mir. Oh, Panda-Bär. Oh, Panda-Bär. Oh, Panda-Bär. Ich liebe Panda-Bär. Oh, das ist ja ultra cool gemacht. Ey, das ist feierlich. So simpel, aber so geil. Ich gehe hier weiter. Das sieht aber geil aus hier, ne? Das sieht mal trippy aus. Ähm. Leid des Künstlers? Achievement? Ähm. Okay. Okay, das habe ich mir jetzt selbst unerwartet. Oh, glücklicher kleine Teddy-Bär. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den mit nenne. Okay. Oh, glücklicher kleine Teddy-Bär. Den fühle ich aber voll. Den fühle ich aber voll. Den hat mir keinen Bock mehr. Oh. Geht's dir gut? Äh, okay. Alles hier am zappeln. Zappeln, 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 zappeln. Ich will auch mal richtig rumzappeln. Also, ich bin mir ja nicht sicher, ob das zu irgendwas führt, wenn wir die ganze Zeit herlaufen. Wie habe ich das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Und wir woanders laufen müssen. Oh, süß. Wo ich da ein bisschen Angst habe. Wegen, äh. Wegen dem Ding, ne. Wegen New Ones The Play. Da gibt's ja den bösen Typen, was da spielt. Und diese, äh. Und diese, äh. Sachen, die er, diese Spielzeuge heranadieren, erinnern mich auch voll an, äh. An Bonbon, das Spiel, ne. Auch ein Krabbelspiel. Okay, damit haben wir vier von sechs. Ja, ich würde sagen, wir spielen das schon noch durch heute. Äh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das war verdammt gut. Das geht immer verdammt gut. Ach, das war jetzt nicht so schön. Einmal erscheint die Wand wieder. Ich fühl mich hier voll wie ein Dratatouille, ey. Ich fühl mich hier voll wie ein Dratatouille, ne. Die Uhr tickt nicht mehr richtig. Ha. Wow, wie cool dieser Raum ist. Geil. Ich find manche Chapska so lustig. Okay. Also wenn du hier mal, äh, deine Geheimtür öffnen musst, um ans Telefon zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Wie cool das aber aussieht. Oh nein. Mein Telefon schmilzt. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch... Dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gericht war eine Qual. Sie wurde ihm... EGAL! Sie hasste den Mann mit Passion. Oh, die Ratte, das sieht ultra cool aus. Jo, als ob das so eine Ratte gibt. Das ist ja ultra fresh. Oh, jetzt darf die Lampe auch mal mit dem Rollstuhl fahren. Ach, wie schön. Wie nett. Okay, eine Spielstelle muss ich noch finden hier. Schlip the table. Hahaha. Leute, ich hab grad einen gefunden. Ich weiß nicht wo, aber ich hab ihn gefunden. Okay, hier ist aber überall nichts. Hm, also diese Dinger, diese... Duche von diesen Chips... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich die so gerne mag. Eher weniger. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Das tut besser, Leute. Hui. Jetzt wird's doch noch... Hardcore Emotional. Hui. Ich kann nicht oft genug irgendwelche Sachen öffnen hier. Die Tür geht auch mal auf. Ach, das war ja... Wie sind denn hier? Duftbäume? Wahrscheinlich auch ein Easter Egg mit wegen irgendwas. Wieso drehe ich mich jetzt wieder? Ist das ein Bug vom Spiel? Warte mal. Wait. Wenn ich aus dem Ding rausgehe, ne? Ne. Ach, keine Ahnung. Ich glaub, das ist ein Bug vom Spiel, dass ich mich drehe. So wie am Anfang. Ich denke, wenn ich das Bild runterziehe... Dann ist das Spiel aus. Und so ist es. Der letzte Schliff. Was war's mit Laser 4? Krasses Spiel. Wow. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein krasses Spiel. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Wow. Oh. Ich hab hier... Sechs Stunden das Spiel... Drei Stunden. Ich dachte mir gerade schon... What? Was war das denn gerade? Gut. Dann war's an. Ciao. Euer Zeckofdick. Tschüss. Holt euch das Spiel und spielt es mal, wenn ihr wollt. Es ist wirklich gut. Tschüss. Wow. 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 Wow, 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 wow.